Moin Moin, Servus, Grüß Sie und Hallo und Willkommen zu diesem neuen WannabeDay über das Gerät Video. Nach einiger Zeit habe ich mal wieder ein Smartphone zum Testen in die Hände bekommen. Und zwar das OnePlus 10 Pro. Mit OnePlus Geräten und Oppo Geräten und so gibt es ja momentan ein Problem mit Verkauf in Deutschland. Ich glaube, das ist immer noch aktuell. Dazu werde ich dann was im schriftlichen Test schreiben und nicht in diesem Video sagen. Der schriftliche Test wird dann wie immer kurz nach Veröffentlichung dieses Videos erscheinen auf oaad.de. Und wie immer gehen wir einmal um das Gerät rum. Vorne das Display, klar. Auf der rechten Seite haben wir hier, ich hoffe man sieht das, naja so einigermaßen jedenfalls hier den Power Button, hier den Mute Switch. Was ich ja bei OnePlus Geräten immer sehr sehr nett finde. Erinnert mich immer ein bisschen an diese Mute oder ja Modi Wippe beim iPhone. Und hier ist unten ganz normal, in der Mitte ist es Vibration und ganz oben ist es lautlos. Von vorne auf der linken Seite hat man hier, wo mein Daumen ist, die Lautstärke Wippe. Da, wie immer, würden mir zwei separate Lautstärketasten besser gefallen, aber das ist schon vollkommen in Ordnung. Auf der Unterseite haben wir hier einen Lautsprecher, oben kommt dann auch noch ein Lautsprecher raus, so 70, 30, 60, 40, so ungefähr. Unten den USB-C-Port und die SIM-Karten-Slot. Und oben haben wir dann nochmal hier, wo das Loch so ansatzweise zu sehen ist, das zweite Mikrofon zur Geräuscheunterdrückung. Und auf der Rückseite den großen Kamerabump. Das Kameramodul, wenn man das so hält, sieht man, das steht schon relativ ordentlich aus dem Gerät raus. Das finde ich persönlich gar nicht so schlimm, übrigens mag ich diese, ich glaube, ja, den grünen oder so heißt die Farbe, mag ich tatsächlich inzwischen ganz gerne. Und ich muss sagen, mit den Kameras, diese Anordnung so auf der Rückseite ist mal was anderes. Und ja Gott, warum eigentlich nicht? Entsperren wir es einfach. Da muss ich jetzt einmal kurz die Pin eingeben und jetzt kann ich euch zeigen, was ich euch zeigen will. Hier unten, unter Display Fingerabdruckscanner natürlich. Zack. Double tap to sleep, double tap to wake. Und zack. Gott, ist das schön schnell. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Display gefällt mir überhaupt auch richtig gut. Gehen wir einmal in die Einstellungen. Über das Gerät und sehen, es ist der Snapdragon 8 Gen 1. Das war die Version hier zum Testen mit 256 GB Speicherplatz und Android Version 12 mit Sicherheitsupdate-Patch oder Sicherheitsupdate-Stand von Juni diesen Jahres. Wir haben jetzt bald September, Juni. Das könnte ein bisschen aktueller sein. Das muss man kritisieren. Überhaupt, wo wir in den Einstellungen waren, was mir persönlich auch gut gefällt. Ich hoppele da mal eben hin. Display. Dark Mode habe ich natürlich eingestellt, wie ihr seht. Das Naturfarben-Display. Bildschirm- und Farbtemperatur automatisch je nach Umgebungslicht anpassen. Das ist wie die Funktion beim iPhone und iPad. Also nicht nur der Blaulichtfilter, sondern dass es das halt anpasst, die ganze Zeit im Prinzip. Das kostet ein bisschen mehr Akku. Aber eigentlich möchte ich das persönlich echt in jedem Smartphone haben. Genau, hier habe ich noch das nochmal. Da können wir nochmal durchgehen. Acht-Core-Prozessor Adreno 37 ist die GPU. Hier habt ihr nochmal die Auflösung. 3216 mal 1440 Pixel, 523 ppi. 12 GB RAM, 256 GB Speicher. N012 habe ich gesagt. Batterie ist jetzt nicht so. Jetzt kommt Werbung. Diese Apps immer mit der Werbung. Und hier sieht man natürlich Qualcomm typisch. Habt ihr natürlich wieder alle möglichen Sensoren, die da drin sind. Magnetometer und Pedometer und... Wenn das Handy sich jetzt mal... So, jetzt schau an. Wake-up-Sensor und so weiter und so fort. Gehen wir da wieder raus. Was gucken wir uns noch an? Wir gucken uns die Kamera an. Die Kamera-App wieder in Zusammenarbeit. Damit können wir das hier sehen. Hasselblatt. Kamera-App bietet zahlreiche Sachen. Ein Wort zur Kamera. Am Anfang habe ich gedacht. Ist nicht so ganz toll. Ich habe selber... Damit filme ich übrigens gerade auch ein Huawei P40 Pro. Was für mich immer noch mit eigentlich das geilste Gesamt... Oder das rundeste Gesamtpaket ist. Was Kameras an einem Smartphone anbelangt. Aber inzwischen muss ich sagen... Ich mag die Kamera von OnePlus 10 Pro. Ich mag die wirklich. HDR-Modus... Könnt ihr auf Auto schalten. Ihr könnt die AI... Also wo es dann erkennt... Bäume, Sträucher, Autos... Was auch immer könnt ihr einstellen. Ihr könnt hier noch die vollen 48 Megapixel einstellen. Ihr habt hier unten natürlich Ultraweitwinkel. Normal oder den 3,3-fach Zoom. Das ist übrigens nur 8 Megapixel. Ich habe mir dann angewöhnt, häufig darauf zu gehen und dann einfach auf 3,2 zum Beispiel zu schalten. Dann wird die Hauptlinse verwendet. Ist eigentlich dann nur ein Digital-Zoom. Die Ergebnisse und die Farben sind meiner Meinung nach aber deutlich angenehmer und deutlich besser. Gehen wir einmal kurz den Modus. Modi durch. Nachtmodus. Der ist okay. Der ist nicht schlecht. Der gibt relativ natürliche Farben. Aber gegenüber dem Google Pixel Nachtmodus oder dem Ruhe auf Weihnachten Modus, muss man es leider so sagen, ist er nicht ganz so toll. Videomodi. Habt ihr verschiedene Auflösungen? Das sieht man... Ne? Hier. Ihr habt 27p, 1080p bis 60fps. 4K-Videos bis 120fps. Dann aber nur 5 Minuten, glaube ich, möglich. Oder 8K mit 24fps. Relativ wenig stabilisiert und das macht nicht so richtig Spaß. Aber ich denke, mit 4K 60 oder 4K 30, je nach Anforderung, macht ihr echt nichts verkehrt. Fotomodus. Portrait-Modus, der ganz gut funktioniert. Und unter mehr verbergen sich dann hier der Pro-Modus, Panorama, Film. Ihr seht, das ist Zeitlupe, Zeitablauf, ist Zeitraffer, Langzeitbelichtung. Wenn man darauf geht, kann man dann einstellen. Hier fahrende Fahrzeuge, Wasser und Wolken. Also zum Beispiel seidiges Wasser oder so, wenn man das mag. Was ich teilweise sehr nett fand, war der 150-Grad-Modus. Dann ist es noch mehr weitwinklig, auch rund, also fast Fischei. Aber um jetzt irgendwie eine Szenerie raufzukriegen, macht mir das großen Spaß, hat mir das gemacht. Und der X-Pan-Modus, den fand ich ja schon beim OnePlus 9 sehr, 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 sehr nett. Einfach sehr ultra weitwinklig und entweder schwarz-weiß oder in Farbe. Und halt dieses Hasselblatt-X-Pan-Größe im Prinzip. Das hat mir gerade auch irgendwie, wenn ich damit in Städten fotografiert habe zum Beispiel, großen Spaß gemacht damit. Und das verändert so ein bisschen die Lust und Laune, wie man vielleicht fotografiert. Weil es ist ja halt sehr breit und nicht sehr hoch. Aber es macht mir, wie gesagt, großen Spaß, so zu fotografieren. Ihr könnt hier unten mit dem Stift, das wollte ich noch kurz zeigen, anpassen, die Kameramodi, die hier unten angezeigt werden. Was ich nicht verstehe, ihr könnt alles Mögliche darunter ziehen, aber den X-Pan-Modus, der kann nicht verschoben werden. OnePlus, warum kann der X-Pan-Modus darunter nicht verschoben werden? Das war einer der Hauptmodi, den ich nutze und den möchte ich anstatt des Portraits neben Fotos haben. Und geht nicht. Naja. Ja, das war die Kamera-App. Einmal kurz gucken. Ist ja die Galerie-App. Ich finde ja grundsätzlich Vanilla Android ganz gut. Ich nutze ja selber das Pixel 5. Aber Google Fotos so, ja zum Sichern, klar. Aber ich mag immer noch die Anbieter, die eigene Apps haben. Also Samsung mit der eigenen Galerie und eigenen Dings und Huawei und auch OnePlus. Überhaupt sehr hübsch angeordnet. Und ihr habt, was ich persönlich auch immer sehr gut finde. Oder wovon ich ein großer Fan bin, genau wie mit den Erinnerungen beim iPhone zum Beispiel. Und hier unter Erinnerung, ihr macht Fotos an einer Stelle, viele Fotos. Und dann wird halt, wenn das Gerät irgendwie am Strom hängt, werden halt so kleine Fähnchen erstellt. Und das mag ich persönlich gerne. Gehen wir wieder raus. Ihr seht, das ist natürlich rasend schnell, das Gerät. 8 Gen 1. Es wird allerdings auch jetzt in der Zeit, wo ich es in der Hand habe, hier hinten ziemlich warm. Nicht unangenehm warm, das nicht. Aber es ist ziemlich warm. Der Akku ist auch, ist natürlich ein Testgerät. Weiß ich nicht, wie lange das schon jetzt und wie häufig das schon in Benutzung war. Aber der Akku ist, könnte deutlich besser sein. Meiner Meinung nach. Ich bin über den Tag gekommen, das ohne Probleme. Aber ein zweiter Tag, daran war überhaupt nicht zu denken. Allerdings habt ihr ja. Und das habe ich hier. Das 80 Watt Superwook, heißt das ja. Schade eigentlich, dass es nicht mehr Warp Charge heißt. Das fand ich irgendwie cooler. Superwook, 80 Watt Ladegerät. Und das geht einfach rasend schnell. Das kann man nicht anders sagen. Ich hatte übrigens zum Testen nicht nur die normale Verpackung, sondern die Pressebox, sage ich mal. Da war dann auch noch zwei extra Cases dabei. Unter anderem dieses Sandstone Case. Da konnte ich natürlich nicht anders, als das zum Testen zu benutzen. Ich bin immer noch ein wahnsinniger Fan der Sandstone Oberfläche vom ersten L1 Plus One. Und ich finde es, auch wenn sie ja nicht mehr Sandstone Rückseiten haben, immerhin schön, dass OnePlus noch die Sandstone Cases anbietet. Und ganz ehrlich, ich möchte auch ein Sandstone Case für andere Geräte haben. Sei es jetzt iPhone, sei es Pixel 5 oder das Huawei P40 Pro. Gibt es nicht. Leider. Das wäre doch nochmal eine Geschäftsidee. Case kostet, glaube ich, extra irgendwie so irgendwas um 20 Euro rum. Ziemlich teuer. Aber wäre es mir vielleicht sogar wert, wenn das mein Gerät wäre. Das war ein etwas längeres Video, als es sein sollte. Mit viel Geräte und alles andere, wie gesagt, erfahrt ihr dann im vollständigen Testbericht auf oad.de, der kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos da veröffentlicht wird. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und bye bye.